Loll, also der fliegt gleich von seinem Pferd runter. Ich würde dir sagen, er hat einen Stock im Arsch, aber er hat ein Pferd im Arsch. Yo, Hase fast gekillt, einfach mit dem Pferd drüber. Aufstehen. Mist, ich habe doch schon einen Hasen. Das war gestern eine nette Unterhaltung. War Heinrich? Ja, war ganz nett. Alter. Da ist ein Hase. Ich laufe ihm halt hinterher, weil ich das den ganzen Stream so mache, irgendwelchen Leuten hinterherlaufen. Hauptschacher, ich habe meinen Schlösserknack-Skill verbessert. Alter, der Hase rennt neben dir. Was ist dein Scheiß-Problem? 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 Du musst sie selbst abschießen? Hier sind keine. Um Himmelswellen einrichten. Wasch mich die Hasen. Hast du ihn gesehen, Heinrich? Hast du ihn erwischt? Danke für den Pfeil. Arsch. Na toll. Ich bin vom Hasen überladen. Ich habe Henry Loft, und dann, ich habe ihn überladen. Ich bin der Lachen. Ich habe ihn überladen. Ich bin der Lachen. Willst du mich verarschen? Nee. Ich jetzt glaube ich ihn erwischt, oder? Wenn ich so weitermache, habe ich gleich keine... Da steckt auch noch ein Pfeil. Steckte. I. Skills. War da was? Agilität. Leichtfüßiger Kämpfer. Fliegengewicht. Heißt? Wenn du fällst, erleidest du 30% weniger Schaden. Ach, ich fall doch nicht. Das ist alles, was ich freischalten kann. Toll. Na dann. Na gut. Tipps von Morbus Willi lesen. Mal Alkohol, da triffst du besser. Meiner. Meiner. Ehrlich? Alkohol? Wo ist der jetzt hin? Wo ist der Penner hin? Äh... Hallo? Ist das Assi ohne Fadenkreuz wirklich? Ja, genau. Da schieße ich lieber auf Menschen. Ohne Scheiße. Die sind größer. Neue Stufe erreicht. Hauptstufe. Immerhin bringt's irgendwas. Das muss doch reichen. Da liegt noch ein Hase. So, wir haben den ganzen Wald gemäht. Das muss doch jetzt reichen. Wo ist der Penner? Er ist weg. Er ist weg. Hat der... Hat der... Du hast keine Pfeile. Yo. Ich bock's die Hasen. Ist das jetzt ein Bug? Gehört das so? Ich bock's die Hasen einfach. Ohne, der ist schneller wie ich. Ich krieg dich. Komm her. Ah, was ist A? Sag mal. Wollt ihr mich verarschen? Nein. Der wartet doch bestimmt am Lager, oder? Also hier irgendwo. Wenn das Pferd nicht mehr da ist, krieg ich die Grise. Mögest du in irgendeinem Baum festgeklitscht sein, Wichser. Wetten, das Pferd ist weg? Nein, es ist noch da. Ich klau dein Pferd. Alter, ich klau dein Pferd. Geht nicht. Ja, cool. Und jetzt? Ich werde wohl noch Hasen töten müssen. Äpischer Treffer. Habt ihr das gesehen? Neue Stufe erreicht. Jagen ist geil, ne? Aber... Was ist denn jetzt los hier? Kann ich wieder irgendwas ausbauen? Ne. Oh Mann, wo ist der hin mit seinen Scheißhunden? Kann man irgendwie rufen? Ey, Penner! Hallo? Hallo? Adliger. Ich bin schwer beladen und möchte gerne Frauenkleider verkaufen. Können wir dann bitte jetzt zurück? Wo waren die Hunde? Junge, 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 Junge! Bist du über den Berg? Ich hab doch deine Hunde gehört. Rehe? Okay. Da ist er. Meine Fresse. Ja, Treff. Du Idiot. Das gibt's doch nicht. Meiner. Meiner. So. Ist jetzt mal gut. Alter. 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 Hast du genug? Ich will nicht da hoch hinter ihm. Shh. Shh. Deine Hunde, sie sind auch zum Nix zu gebrauchen, oder? Da rennt er weg. Wirst du wohl still sein. Hattest du damals auch einen Rivalen? Nein? Alter, was muss ich tun? Quest. Mist sich mit Herrn Hans in der Hasenjagd. Yo. Ich hab doch schon alle gekillt. Was? Ich schieß gleich dir in den Kopf, Alter. Dann nimmt die Story halt einen anderen Verlauf. Lass Zeit verstreichen. Gute Idee. Morbus Willi, wie tut man im Spiel seine Gesundheit auffüllen? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Ha! Quest abgeschlossen. Jawohl. Weißt du was? Ich lauf schon mal los. Stellreisefunktion? Nö. Idiot. Ist dir zu komisch? Okay, warum ist das zu komisch? Zu realistisch? Ich bin tatsächlich gelernter Speditionskaufmann. Leute, wir brauchen noch zwei Abonnenten. Zweifelpunkte. Erster. Und jetzt? Fein in der Reingehe. Natürlich. Stand da gerade, warte auf Herrn Heinrich, kriege ich die Krise. Herrn Hans. Natürlich. Dann, ja. Dann. Kommst du mal hin und lese den Chat so lang. Ist doch nicht so spannend. Und ich könnte noch mal eine Stunde vorspulen, ne? Das hat sich dazu bewegt, Theme Park wieder auszupacken. Ganz einfach. Das ist so, ähm... So ein Projekt, was man angefangen hat, aber nicht fertig gemacht hat. Und das mag ich eigentlich nicht. Und ich konnte es damals, ähm, auch nicht im Livestream spielen. Das war auch ultra kacke, weil so ein Spiel lebt eigentlich vom Livestream. Ihr müsst ja da mit Entscheidungen mittreffen können bei sowas. In so einem Themenpark. Und, ähm, ja. Von daher hat mir dann für Offline die Motivation gefehlt. Was machst du da? Alter. Jetzt erst mal essen, oder was? Die sind alle abgeschlossen, Handy. Aber ich lasse mir nicht nachsagen, ich wäre ein Geizkragen. Also gut. Dein Diener dankt dir von Herzen, mein Herr. Und jetzt komm, lass uns richtiges Wild jagen. Noch mehr jagen? Heinrich, aufsatteln. Lass uns jagen gehen. Aufsatteln. Schleich halt noch langsamer. Oh, oh, oh. Also der fliegt gleich von seinem Pferd runter. Ich würde dir sagen, er hat einen Stock im Arsch, aber er hat ein Pferd im Arsch. Jo, Hase fast gekillt, einfach mit dem Pferd drüber. Das funktioniert bestimmt in dem Spiel, oder? Mit dem Pferd reiten, mit dem Schwert schlagen und die Hasen so killen geht garantiert. Wo ist eigentlich der zweite Hund? Hattest du nicht zwei Hunde dabei? Hast du ja bei den Hasen Verschleiß gehabt? Alter, wo gehen wir denn jetzt hin? Katan Universe. Ey, ehrlich, ich glaube, ich muss mal gucken. Ich kaufe mir das. Ich brauche nämlich Videomaterial. Stein, 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 komm. Jump! Yeah! Ist das eine Falle? Schön hier, doch. Wald und so. Alter, es ist schon ein bisschen... Genau, post mal in den Chat, Flo, wo kann man es kaufen? Was kostet es? Und da hätte ich noch eine Frage, wie viel geht es im Multiplayer? Dann machen wir da echt ein Event draus. Ich kann es zwar gar nicht mehr. Das ist bestimmt schon 15 Jahre her oder so. Oh, guck mal, das sind Rehe. Hasen, check. Rehe, check. Pferd, check. Ey, das trifft sogar meine Oma, so ein fettes Schwein. Autsch. Oh, ja, siehst du? Verdammt bin ich gut. Schnauze. Tja, wenn du mir das nächste Mal erzählen willst, ich könnte keinen Keiler mit einem Pfeil erleben, solltest du... Oh, scheiße. Ihm nach. Fast. Aufs Bärt, Heinrich. Dieser Schwein entkommt uns nicht. Ja, dann... Tschau mal, ne? Aufgabe abgeschlossen. Und jetzt... Bringt das Wildschwein zur Strecke, finde Herrn Hans. Alter. Alter. In welchem Radius? Alter. Euer Ernst? Das macht man noch heute? Ich hätte echt gerne auch meine Klamotten verkauft. Also, eins ist mal klar, das Wildschwein kann ich nicht mehr tragen. Es ist schon angeschossen. Garo hat ein Headset? Nice. Nice. Dann ist Sandy nicht mehr ganz alleine im Mois. Du hast entdeckt, Jagdgebiet Rehe. Ich suche kein Schwein. Was war eigentlich das hier? Wo ist Georg Quest? Jäger? War ich da schon mal? Ja, klar. Dein Bett. Ja, klar war ich hier schon mal. Hier wohnt Stefanie. Tallenberg. Gar nicht weit weg. Hier habe ich Dinge befallen. Hier waren die Rehe. Hier waren die Hasen. Ah, die Karte ist eh ultra nice. Aber für die Wildschweinschuhe hilft sie mir jetzt nicht so wirklich. Ich renne einfach mal hier ein bisschen rum. Wie weit sind wir dann? Jetzt komme ich aus dem Gebiet raus. Wie weit ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Jagdgebiet Rehe, toll Ich such ne Sau Wär jetzt auch ein episches Ende, ne, wenn die mich jetzt Was? Was zur Hölle? Was? Hallo Ich hab Ich glaub das war nicht der Plan Ich sterb Was? 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 Der hat einen Bogen Ihr ungarischen Fotzen Ja komm, töt mich Was hätt ich denn tun sollen? Der blockt alles Tolles Spiel Wo war das jetzt? Da hinten Okay Guter Punkt zum Speichern Hier geht's beim nächsten Mal weiter So, Scheiße Jemand mein Bier leergekriegt Jemand 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017